Oh, sie hat sich entmutet. Da leistet's Husten-Kampf von hier. Echt? Nö, sie hat was gesagt, aber... Äh, es bei mir kommt so ein... Ich glaube, nur so ein... Ja? ...Geräusch von dem Husten an. Oder was? Aua. So spricht Lina immer. Das steht von Petrit. Von Petrit? Von Petrit. Äh, hä? Ähm... Ja, genau. Dias Farmen, Dias Farmen. Juli? Ja. Oh, ich weiß. Was denn? Nix, nix. Alles gut. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Alter, so viel Leerze. Aua. Und wetten, wenn ich Dias gefunden hab, ich mein Inventar voll. Äh, hä, hä. Oder genau dann ich ne Spielzeige kaputt. Alter. Wie viel, wie viel Erze sie sind. Ich brauch Erde und Glas. Erde und Glas. Aua. Warum brauchst du Erde? Weil da noch Löcher sind zum Füllen. He, he, he. Dummdi, 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 dumm. Erde und Glas. Aber sonst alles gut, oder? Natürlich haben wir kein... nein. Doch, sechs Glase haben wir noch. Ja, wow, sechs. Mit sechs kann ja nix anfangen gehen. Dann... dann... tu halt... oh. Dann tu halt Couplestone in den... in den Dings rein. Ah, ja, stimmt. Weil ich bring hier eh... was weiß ich, wie viel Couplestone mit. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, was ist das hier? Ah, jetzt bring... jetzt bring ich hier auch noch Silikon mit nach Hause. Ah, wundervoll. Das kann ich schon gar nicht mehr aufnehmen. Pff. Silikon? Ja. He, he, he. Brauchst du ja auch nicht so nötig. Ja, schieß es so ein unaufgeräumtes Inventar. Han! So viel Tin. Warum überhaupt so viel Tin? Ähm... Besser wär Silver oder sowas. Silver Redstone. Ja, also die grüne Spitzhacke, die ist auch schon gut. Die kann man auch lassen. Ah, ich weiß. Ähm... da ist noch Couplestone. Und die rote ist wahrscheinlich noch schneller. Äh... ja. Glaub ich auch. Und die hat 500 Leben. Ja, leck mich doch am Arsch. Ähm... Glas. Na, Glasscheiben. Scheiben, Scheiben, Scheiben. Echt Respekt, wie lange Lina leise sein kann. Gell? Ja. Muss man mich auch mal loben hier. Dafür ist bei dir aber jemand im Hintergrund. Hm. Bruder. Also ich dachte schon... F. Nein, 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 nein. J Wäähähähähähähähähähähähähähähähähähäh... much disappointment. und deine Mutter. Geile Aufnahme, gell, Patti? Achso, ja. Meine Mutter in der Aufnahme hat mir einfach volles Lachen an. Und dann hat sie doch noch mal irgendwas gemacht. Was hat sie denn dann noch mal? Ja, sie sind noch mal kurz gekommen und hat gefragt, ob sie eine Aufnahme gestellt hat. Ach ja, genau. Und hat sie gesagt, ne, ne. Ne, dezent. Wir sitzen so locker am Zocken, so ganz chillig-millig, sind hier grad voll am Arbeiten, aber mir finde ich volles Lachen an. Ja, mittendrin zu. Äh, warum hat die klar? Weil die Fernseher geschaut hat. Voll geil. Wir haben uns so den Arsch abgelacht. Ja. Oh mein Gott. Ah, voll geil. Ich hab schon so ne coole Familie. Ah, ich finde hier keine Diamanten. Nnö. Nö. Ofen, cool. Ich finde hier echt alle Farben, aber nix diamantnartiges. Rosen sind rot. Feichen sind blau. Und ich muss jetzt aufs Klo. Das war ein Spongebob. Es geht roh, sie sind rot, Feilchen sind blau, ich bin kein dichter Gemüse-Eintopf. Nein. Doch. Nein. Wenn ich das so sag, dann ist das so. Guck ich nach Spongebob. Na, guck. Ich hab früher immer Spongebob geguckt. Ich hab die ganze zweite Staffel auf DVD. Das sind 7 Stunden, Alter. Was geht bei dir? Ich hab da mal volles Watsch versucht, ich hab sogar die, ähm, tolle Folge von Atlantis. Frank. Dann hab ich doch den Film, deine 10 glücklichsten Momente. Aber der Film ist voll der Schrott. Der Film ist doch cool. Der ist voll der Schrott. Die musst du auf holländisch anschauen, dann ist es richtig cool. Was? Ja, entverstehst du das Wort. Echt? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Boah ok. Asterix auf Obelix. Äh Asterix. Asterix auf Obelix. Ha-ha. 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 Asterix auf Obelix. Ha-ha. 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 Erinnern jeden Tag. Nein, Asterix und Obelix bei den Olympischen Spielen auf Schwäbisch oder auf Schweizerdeutsch. Auf Schwäbisch? Heimsprache. Auf Schweizerdeutsch, voll geil. Richtig geil. Oh, ich höre Lava. Ich bin's nicht. Du bist ja auch ganz sicher keine Lava. Oh, oh, übermischen Spinspawner. Spinspawner? Spinspawner. Wie gestern? Spinspawner. Warum ist das Ding leer? Achso. Witzig gerade. Warte. Okay. Was zum Fick? Achso stimmt, da war ja was. Bin hier am Glasfabrizieren. Braucht ja auch Energie. Wer wird erstmal wieder genug Glas? Alles klar. Da ist ein Sinni-Inge drin. Was soll immer das ist? Etwas Tolles. Richtig? Ah, keine Ahnung. Der leuchtet auch so gut. Dann nehm ich mal mit. Nimm mal mit. Mitnehmen ist immer toll. Ich lass das. Ich mach ne Cobblestone. Ich mach ne Cobblestone. Dann kann der Scheiß direkt einmal weg. Boah. Das kann der weg. Das kann der weg. Das kann der weg. Das kann der weg. Ah genau. Das ist 19, 11, 12. Passt doch. Das ist der Pulverizer. Wupf. Kommt das da rein. Das kommt da rein. Kommt da rein. Kommt da rein. Ganz viel Lobo! Da sind noch Gravel drin. Du kriegst auch eine geringe Chance, wenn du jetzt in Cobblestone schmilzt oder in Pulver einherst, du kriegst auch eine geringe Chance Gravel herzubekommen. Wie? Ja. Hab ich gerade nicht mehr rausgefunden. Okay. Mal kurz da hin. Mal kurz da hin. Mal kurz da hin. Mal kurz da hin. Was hab ich jetzt noch gebraucht, Juli? Weiß ich nicht. Obwohl, ich nicht auch nicht. Ähm. Alter, ohne Scheiße. Ich find hier ja kein Diamant. Weißt du, aber man will immer weiter, weil man weiß, gleich kommt einer. Was? Da kommt einer? Diamant oder was? Ja. Ich mein, man will ja nicht aufhören, sondern ein weißer. Aber ohne Scheiße. Nord ist man eine chillige Hütte, die kann man dann immer noch umbauen. Ja. Hauptsache man ist mal eine Hütte. Ein Hütchen. Ein Hütchen. Ein Hütchen. Nein. Nein. Ähm. Hm. Ob das so mit den Türen hinhaut? Ah, wird schon klappen. Da bin ich. Tue vorsichtig. Eins, zwei, drei. Du kriegst doch bestimmt Wert auf Fenster, oder? Hm, ja. Okay. Warum? Ich weiß nicht, wie ich das Haus baue. Da baue ich jetzt ein Standardhaus. Von mir. So wie es ich immer baue. Wir haben Haus scharf. Wenn ich schnell will, bleibt es noch drinnen. Kommt ein bisschen weg. Du kennst doch auch mit ihr. Du, 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 du. Naja. Du, 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 du. Du, 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 du. Das war's für heute.